Lärch und Partner, ihren Generalunternehmer von Winterthur. Jetzt mit über 20 aktuellen Wohnprojekten im Grossraum Zürich. In Äst-Zürich ist der Spatenstich erfolgt und der Bau des Projekts am Eichacher kann starten. Insgesamt entstehen 10 3,5 bis 5,5 Zimmer Eigentumswohnungen an traumhafter Südwesthanglage. Die Wohnungen verfügen über einen Balkon oder einen Sitzplatz mit atemberaubenden Aussichten. Aktuell können immer noch Wünsche und Ideen zum Innenausbau vom eigenen Zuhause eingebracht werden. An erhöhter Lage am Hang und angrenzend an der Landwirtschaftszone sind sie in Äst-Zürich ideal gelegen. In G-Distanz erreichen sie eine Folgläder, eine Bushaltestelle sowie eine Kindergarten- und Primarschule. Melden Sie sich jetzt und erfüllen Sie sich Ihren Traum vom Eigenheim. Weitere spannende Wohnprojekte finden Sie unter www.immobilientraum.info Wir schaffen Raum für Ihre persönliche Empfaltung.